Ja, hallo Otto. Ja, meine Damen und Herren, in Ostfriesland, da gibt es wunderschöne, beschauliche Bauernhöfe und frühmorgens, da ist Ruhe, die Stille und da sind die Tiere. Was ist denn hier für ein Scheißlärm? Eine Ente, die hole ich mir. Es ist kräftig. Das ist immer... B-B-B-B-B-B! So, den Sieber, so ein Jörg... Wir sind... ...wo ist er... ...wo ist er... Wo sind die Zeit... ...was soll drei Körser... Scheisslusten. 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 Hey!